70 Kilogramm, auch einen größten Vergleich werden wir jetzt noch sehen, also bis zu zweieinhalb Meter lang kann ein ausgewachsener Kille werden, die Leibchen entsprechen, natürlich ein bisschen kleiner. Was hier so einfach aussieht, das ist schon intensive Arbeit mit den Mediatraben, also etwa ein halbes Jahr dauert es, bis ein Pfleger so mit dem Team arbeiten kann, wie wir das jetzt beobachten dürfen. Vielen Dank.